Liebe Kunden, liebe Freunde, liebe Interessenten der Stradebau-Elemente-Abestellung, aufgrund der aktuellen Situation haben wir die Firma Strade uns dazu entschlossen, unsere Ausstellungen im Moment geschlossen zu halten. Dies dient zu ihrem Schutz und zum Schutze unserer Mitarbeiter. Da Sie natürlich im Moment unsere Ausstellung nicht besuchen können, versuchen wir auf diesem Wege Ihnen unsere Ausstellung etwas näher zu bringen. Wir möchten Sie künftig öfter mit kleinen Videoclips versorgen. Das heißt, wir werden Sie mit Tipps und Tricks, mit Neuheiten zu unseren Produkten einfach des Öfteren informieren. In unserem ersten Video nehme ich Sie mit durch unsere Ausstellung und präsentiere Ihnen verschiedene Austüren und Garagentore aus dem Außenhörmann. ein Teil in sa种 Wasser, wird überall mit哥们 נ Null ist künftig. Da werden Sie mitnehmen her-künftig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick über unsere Bauelemente-Ausstellung verschaffen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail zu den üblichen Geschäftsseiten gerne zur Verfügung. In unserem nächsten Video werde ich Ihnen die neue Hörmann Garagentor Oberfläche vorstellen und bis dahin, liebe Kunden, liebe Freunde, bleibt gesund.